Faces of St. Pauli. Die wollt ihr doch sehen, oder? Alle zusammen, auf einem Haufen, in einem Buch. Ihr wollt doch bestimmt sehen, wie so ein St. Pauli-Gesicht entsteht. Durch das Leben hier, weil wir eine offene Gesellschaft sind. Und es ist als Gemeinschaftsmerkungs- und das ist nicht immer leicht. Deshalb haben die Gesichter auch Furcht. Aber sie haben auch ganz, ganz viel Liebe im Blick. Und ihr könnt auch lesen über diese Gesichter. Ganz tollen Texten von Jan Freitag. Und ich habe das Vorwort geschrieben. Also, holt euch das Buch. Faces of St. Pauli. Go!